Tomasz Wojcik-Waldoch ist ein ehemaliger polnischer Fußballspieler und aktueller Trainer. Er besitzt auch einen deutschen Pass. Laufbahn Von 1988 bis 1995 spielte er für Gorniktsabje in der polnischen Extraklasa. 1994 wechselte er zum VfL Bochum in die deutsche Bundesliga. Dort blieb er bis 1999 und wechselte zum FC Schalke 04, bei dem er von 2000 bis 2004 Mannschaftskapitän war. Mit Schalke gewann er 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Beim ersten Pokalsieg konnte er wegen einer Gelbsperre am Final nicht teilnehmen, ihm wurde jedoch als Mannschaftskapitän der Pokal überreicht. Beim zweiten Pokalsieg führte er dann seine Mannschaft persönlich an. 2003 und 2004 gewann er mit dem FC Schalke 04 den UEFA-Inter-Toto-Kap und 2005 den Liga-Pokal. Am 13. Mai 2006 wurde er im Spiel gegen den VfB Stuttgart verabschiedet. Nachdem er in der zweiten Halbzeit von Mirkos Lumpa eingewechselt worden war, traf er zum 3 zu 2 entstand. Im Mai 2007 absolvierte Waldorf fünf Spiele für Jagiellunia Bialystuk und beendete danach seine Spielerkarriere endgültig. Mit der polnischen Nationalmannschaft nahm Waldorf an den Olympischen Spielen 1992 teil und gewann dort die Silbermedaille. An der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 nahm er als Mannschaftskapitän teil. Von 2006 bis April 2008 arbeitete Waldorf als Co-Trainer der U17-Mannschaft des FC Schalke 04. Nachdem Michael Büstungs Interimstrainer der Schalker Bundesliga-Mannschaft geworden war, betreute Waldorf bis Saisonende gemeinsam mit Sven Karmetsch die zweite Mannschaft. Danach arbeitete er wieder als Co-Trainer der U17 und absolvierte in der Saison 2019 die Ausbildung zum Fußballlehrer an der Hennes-Weisweiler-Akademie. Ab dem 19. April 2010 war Waldorf Sportdirektor des polnischen Rekordmeisters Gornik Czabrze. Zur Saison 2011-12 kehrte er als Cheftrainer der U17-Junioren zum FC Schalke 04 zurück. Nach einer Saison wurde Jens Keller als neuer Trainer der U17-Mannschaft verpflichtet und Waldorf übernahm die U14-Mannschaft. Privates Waldorf ist Vater eines Sohnes und zweier Töchter. Er lebt mit seiner Familie in Bochum-Altenbochum. Sein Sohn Kamil ist auch Fußballspieler und spielt beim FC Krei.